Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu der ersten Community News. Vorweg ein großes Dankeschön an alle Partner und Unterstützer. Wen die Einleitung nun zu lang ist, der kann über das Inhaltsverzeichnis direkt springen. Im ersten Schritt möchte ich sagen, dass ich diese Community News aufteile in Milsim, Live und anderes. Im ersten Teil der News schauen wir uns immer Milsim und die taktische Szene an und dann werden wir einen Blick auf die Live-Szene werfen und andere Szenen in Arma. Mir ist bewusst, dass das nicht bei jedem gerne gesehen ist. Doch wer es nicht sehen will, der kann gerne über das Inhaltsverzeichnis auch diese Punkte überspringen. Für mich ist eine jede Szene wichtig, denn sie gestaltet Arma. Sie gestaltet Arma und bringt Geld in die Kassen von Bohemia. Wie mit DayZ hat auch die Live-Szene Arma größer gemacht und das dürfen wir, egal wie verbissen wir sind, niemals vergessen. Deswegen findet eine jede Community bei mir Platz, wo wir bei einem wichtigen Punkt sind. Um Themen einzusenden, müsst ihr in meinem Discord sein. Zum Tag der News wird es, nachdem ihr die Rollenzuweisung für Arma 3 gemacht habt, ein Channel Community-Themen geben, wo ihr Themen hineinschreiben könnt, mit Links und Bildmaterial. Diese Themen werde ich dann auswerten. Bitte habt Verständnis, dass ich nicht jedes Thema reinnehmen kann, wenn es einmal zu viel wird. Bitte bedenkt auch, dass wir hier Dinge mal kritisch ansehen werden, aber nicht um Hate zu generieren, sondern um zu informieren. Eine jede Community hat es in der eigenen Hand, sich zu präsentieren. Das gilt für die Interviews und auch für die News. Denkt drüber nach, was ihr einsendet und wie ihr es verkauft. Denn nur mit dem bereitgestellten Material kann ich etwas anfangen. Wie das aussieht, entscheidet ihr. Diese Community-News dient zum einen als Werbung, aber auch als Informationsquelle rund um die Arma-Szene. Wir werden uns hier keine Mods und so etwas anschauen. Das kommt weiterhin der Arma-News. Noch einmal, alles im Inhaltsverzeichnis. ZwinkerSmiley. Und nun viel Spaß bei der Community-News. Gruppe W spielt aktuell die zweite öffentliche Kampagne. Als letzte Termine sind der 14. und 28. Oktober datiert. Zum Zeitpunkt der News war also gestern eine Mission und am 28. Oktober erneut. Mit Gruppe W spielt ihr in einer Community, die ein Urgestein in der Szene ist. Ihr könnt spannende Missionen von erfahrenen Missionsbauern erwarten. Im Hintergrund eingeblendet seht ihr den Trailer der Kampagne. Das Modset für dieses Event liegt ca. bei 3 GB. Und kann über den W-Klienten alternativ, aber auch über einen Direkt-Download gedownloadet werden. Da ist Gruppe W sehr zuvorkommend. Das Mindestalter von 16 Jahren solltet ihr allerdings nicht unterschreiten. Aber ihr seid euch nicht sicher, ob es überhaupt etwas für euch ist. Ob das taktische Spielen etwas für euch ist. Ob die Harmonie passt. Dann solltet ihr die Möglichkeit nutzen, hier mitzuspielen. Ihr habt Fragen? Dann schaut doch gerne bei Gruppe W direkt vorbei. Der Link zur Homepage ist unten in der Videobeschreibung. Ich bin mir sicher, dass die Damen und Herren sehr gerne helfen werden. Denn die Gruppe zeigte sich bei mir immer als sehr vorbildlich und sehr zuvorkommend. Also keine Schüchternheit, Feuer frei. Im nächsten Punkt möchte ich noch einmal die Aktivitätsampel von Craywolf ansprechen. In dieser Aktivitätsampel wird festgestellt, welche Clans noch aktiv sind. Dafür müsst ihr im Armor World Forum anpingen. Auf der hier dargestellten Seite werden Clans und Communities dann angezeigt. Besonders auffällig, was es für eine unglaubliche Masse an Armor Clans in diesem Bereich von Milsim oder Taktik gibt. Und jeder ist ein Clan für sich. Ein jeder hat seine Stärken und Schwächen. Denn niemand ist perfekt, doch mit einem jeden kann man reden. Ihr kennt die Clanliste nicht? Dann solltet ihr hier mal vorbeischauen. Diese wird seit Jahren von Craywolf geführt und gepflegt. Ein großes Dankeschön für deine Arbeit und Leistung. Craywolf ist übrigens Mitglied und Leitung des Jägerbataillons 533. Das Interview zum Clan ist übrigens in der Infobox. Dort klicken, genau da, nach der News bitte. Die News dient für Transparenz in der Armor Szene und rund um Themen in der Milsim Szene. Ich möchte hier kurz das Interviewformat einmal ansprechen. Hier fand bereits das nächste Vorgespräch mit der virtuellen Panzerbrigade 21 statt, zum Zeitpunkt der News. Der Schnitt für Armor macht Bock läuft bereits. Die Interviews kosten sehr viel Zeit, da Clans und Communities auch Material einschicken müssen, was ich dann verwende. Deswegen gebe ich euch einen Tipp. Jeder, der in der Liste ist und sicherlich noch warten muss, macht euch schon einmal Gedanken, denn das Interviewformat ermöglicht euch zu verkaufen. Die Fragen werden zwar von mir vorgeschlagen, sind aber auf Wunsch anpassbar. Aber auch hier gilt, wie bei der News, wie eine Community sich verkaufen will, entscheidet sie selbst. Ich biete nur die Plattform. Geduldet euch also bitte mit den Interviews, denn ein Audioschnitt braucht meistens schon Stunden. In zweistelligem Bereich. Und bitte vergesst dabei nicht, dass ich YouTube auch nur nebenher mache, nebenher noch 40 bis 50 Stunden auf Vollzeit arbeite. Deswegen habt etwas Nachsicht und nun weiter geht's. Die Arme Allianz Deutschland ein Thema, was früher undenkbar gewesen wäre, denn oftmals waren Clans unter sich. Doch die Zeit bringt Veränderung. Kooperation und Zusammenhalt wird immer wichtiger. Als jemand, der seit AMA 2 dabei ist, habe ich die Community zwar nicht als Urgestein von Operation Flashpoint kennengelernt und erlebt, doch immerhin schon gesehen, wie sie sich verändert. Wo früher Clans alleine standen, schlicht gegen Kooperation waren, kämpfen sie nun stellenweise um ihre Existenz und Spielerzahlen. Die Arme Allianz Deutschland ist ein mutiges, sehr mutiges Projekt, denn es sind viele Clans, wie hier gerade eingeblendet, zusammen, um ein großes Projekt zu meistern. Eine Gemeinschaft aus vielen Communities zusammenzuführen und regelmäßig Events zu spielen. Mit dabei sind auch Urgesteine und große Communities wie das Tactical Training Team, die sich an den Gesprächen zumindest beteiligt haben, Gruppe Adler, das Wolfskorb und noch viele mehr. Ach ja, und natürlich die Britorianische Garde. Tut mir leid fürs Vergessen das letzte Mal. Aber kommen wir zurück zum Thema. Die Erwartungen sind hoch, umso mehr Fragen sind offen. Wird sich das Projekt halten? Wünschenswert wäre es. Am Ende steht und fällt vermutlich auch alles mit den ersten Missionen. Doch ich finde diese Idee, diese Vision von einer Community sehr gut und möchte das Ganze gerne beobachten. Viel Erfolg und ich werde euch weiterhin auf den Laufenden halten. Haltet an einen Zusammenhalt fest, denn das ist im Jahr 2021 und 2022 umso wichtiger. Kommen wir zum achten SFG Titan Platoon. Zu meinem Partner, aber auch ein Clan, mit dem ich persönlich eine gute Bindung habe und pflege. Trotz Nicht-Mitgliedschaft. Mittlerweile ist die neue Kampagne Rising Giant Phase 2 gestrottet. Das Titan Platoon meldet sich aus der Sommerpause zurück. Mit einer umfangreichen Kampagne. Besonders schön, auch hier wird auf einen logischen Zeitstrahl und viele Randinformationen geachtet. Damit die Kampagne von vorne bis hinten glaubwürdig und stimmig ist. Die Kampagne ausführlich zu beschreiben, wäre natürlich zu viel für die News. Doch als Ausgangssituation ist dargestellt, dass wachsende Machtprojekte des Irans in Vorderasien und dem neuen Bündnis zwischen der Volksrepublik China und der Islamischen Republik für weitere Anspannung sorgen. Welche ermöglicht, deutlich mehr Uran anzureichern. Abkommen zur Deeskalation wurden abgelehnt. Viel Erfolg für die Mission und die Kampagne. Übrigens, ihr wollt mitspielen, das 8er SFG Titan Platoon sucht neue Piloten, um in einer Flugstaffel von rund 10 Piloten mitzuwirken. Es ist ein breites Spektrum an Aufgaben und eine große Auswahl an Rotary und Fixed Wings. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ihr kennt mein Englisch. Ihr könnt gut fliegen, ihr wollt neue Herausforderungen in einem erfahrenen Pilotenteam, dann seid ihr hier richtig. Wichtig, ihr müsst mindestens 21 Jahre sein. Das Interview zum Clan befindet sich in der Infobox hier oben rechts. Einfach klicken und sich ein eigenes Bild machen. Dort lernt ihr die Jungs und Mädels mehr kennen mit bewegtem Bildmaterial. Ebenso auch ein Missionsmitschnitt. Also worauf wartet ihr noch? Schaut es euch an und entscheidet dann. Kommen wir im letzten Part zum Milsimtai, zu meiner Community, dem Tactical Training Team. Nach einer langen Überarbeitung und Bearbeitung durch mehrere Mitglieder des Teams ist es nun soweit. Die erste Version des neuen Wikis wurde veröffentlicht. Das Wiki ist die zentrale Anlaufstelle für Mitglieder, Gäste, aber auch Community Fremde für verschiedene Informationen. Das Wiki ist nun deutlich moderner aufgebaut und wird immer wieder weiter erweitert. Es ist keineswegs fertig, aber kann schon genutzt werden. In der Beschreibung dieses Videos befindet sich ebenfalls der Link zur Wiki-Seite. Hier sind Taktiken und Hilfestellungen, aber auch claninterne Sachen niedergeschrieben. Eine gute Anlaufstelle, um sich gezielt über Themen zu informieren. Gratulation an alle Beteiligten zur Veröffentlichung des neuen Wikis. Wikis sind in Communities immer wichtig. So führen verschiedene Communities eine genau solche Informationsquelle, was manche mehr, manche weniger intern nutzen. Egal ob Gruppe W, das Tactical Training Team, Gruppe Adler oder auch andere Communities. Viele setzen genau auf diese bewährte Form des Informationsflusses. Noch einmal Gratulation nach so langer Arbeit zum Release des Wikis. Kommen wir nun zu zwei Live-Themen. Und diesmal beginnen wir mit Second Life. Eine eigene Entwicklung mit 90% eigenen Fahrzeugen, außerdem eigene Gebäude und Objekte. Besonders interessant am Projekt ist also der Exklusivbereich. Denn viele exklusive Sachen bringen etwas Abwechslung zum Einheitsbrei. Auf einer eigenen Karte selbstverständlich. Außerdem ist das Projekt zum aktuellen Zeitpunkt noch in der Entwicklung. Das Spielen ist aktuell also noch nicht möglich. Doch die ersten Sachen sehen vielversprechend aus. Im Hintergrund eingeblendet der Trailer. Der Link zum Trailer wie immer in der Videobeschreibung. Verwendet wird bei Feuerwehr und Polizei das deutsche System. Damit also kein amerikanisches oder anderes System. Das ist sicherlich nichts Besonderes, aber für viele Interessenten der Live-Szene ist sicherlich interessant und wichtig zu wissen. Sobald es Neuerungen gibt, die sich lohnt zu erwähnen oder Infos, werde ich euch natürlich in diesem Bereich informieren. Im nächsten Teil möchte ich meinen Partner Vahana Live ansprechen. Eine Live-Community, die schon länger Bestand hat und auch wenn sie klein ist, sich wacker hält und kontinuierlich weiterentwickelt wird. Und auch hier gibt es wieder einige Neuerungen. Vahana Live hat sich in den letzten Monaten anders, aber auch alt bewährt aufgestellt. So wird weiterhin am AMA3 Live-Server gearbeitet, Map-Überarbeitung, was hier gerade eingeblendet ist und neue Systeme entwickelt. Wie ein neues Level- und Fortschrittssystem. AMA3 Live-Server haben es in diesen Jahren nicht mehr so einfach. Sinkende Spielerzahlen und die große Auswahl erschweren es, am Leben zu bleiben. Genau das ist dem Projekt bewusst und so worten auch Modernisierungsarbeiten am Backend vorgenommen. Wie das neue Ticketsystem, ein Discord-Server, Performance-Verbesserung für den Live-Bereich, eine Menge Änderungen. Einige dieser Änderungen sind hier im Hintergrund eingeblendet. Übrigens, zukünftig können Bewegungen und Anträge über ein Formularsystem erledigt werden. Durch die neue Serverliste erkennt man auch, welche Server online und offline sind. Auch ich versuche mal wieder vorbeizuschauen. Ihr habt Fragen? Dann meldet euch sehr gerne bei den Jungs und Mädels. Die freuen sich sicherlich auch. Und ja, Vahana Live spielt nicht nur AMA und ist mittlerweile fast schon eine Multigaming-Community. Es lohnt sich sicher also mal, einen Blick drauf zu werfen. Ladies and Gentlemen, wie angekündigt, gibt es hier einen Kommentar. Ich möchte ein Thema ansprechen, Missionsbau. Missionsbauer, ein Job, der wohl wie auch Modbauer mehr als undankbar ist. Denn man muss es einfach vielen Parteien recht machen. Führungskräfte, die bestimmtes verlangen, aber auch Mitspieler, die etwas verlangen. Die Balance zwischen allen zu halten, ist nicht immer einfach. Was bringe ich ein? Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Generell kann man als Missionsbauer so viel falsch machen. Besonders bei den Visieren. Aber ein Missionsbauer ist essentiell für einen Clan oder eine Community. Ohne Mission ist eine Community nicht gut aufgehoben. Natürlich gibt es Alternativen, wie MCC Sandbox, automatische Missionsgenerationen. Doch eine handgemachte Mission ist eben doch etwas anderes. Deswegen ist es mir auch hier wichtig, als ehemaliger Missionsbauer in Clans und Communities, danke an euch alle da draußen. Danke an alle Missionsbauer und Content Creator in diesem Bereich. Meine Dankbarkeit an Mod-Entwickler drücke ich oft aus, viel zu kurz kommen aber ebenso die Alltagshelden im Arma-Geschäft. Missionsbauer. Es sich mit ihnen zu verscherzen, ist den schlimmsten Weg, den man gehen kann. Aber auch Missionsbauer müssen sich anpassen, denn Missionsbauer, die immer wieder auf ihre Meinung beharren, kommen schnell an ihre Grenzen und ein Tipp, weniger ist manchmal mehr. Es ergibt nicht immer Sinn, verschiedene Elemente hineinzubringen. Bringt logische und gut strukturierte Elemente hinein. Denn auch damit könnt ihr euch austoben. Doch meine persönliche Meinung an Clan-Leitung, lasst den Missionsbauern Freiraum. Handicapt sie nicht zu sehr. Denn Kreativlücken können die Mission erst recht schlecht machen. Deswegen kommt ihnen entgegen, redet mit ihnen, Kommunikation ist alles. Schreibt es in die Kommentare, was baut ihr gerne für Missionen? Habt ihr leidige Missionsbauer-Themen, die euch bedrücken? Nervige Clangespräche oder unkonstruktive Kritik, die ihr immer wieder hört? Was sagt ihr? Noch einmal, Kritik ist wichtig. Doch bedenkt, ohne Missionsbauer keine Mission. Ohne Mission kein Arma 3, ohne Arma 3 kein Spiel und Spielspaß. Damit sind wir am Ende des Kommentars angekommen. Danke für eure Arbeit. Weiter so. Ladies and Gentlemen, damit sind wir am Ende dieser Community News angekommen. Mir ist bewusst, dass der eine oder andere sich fragt, wann die nächste kommt. Ich möchte hier keinen festen Termin sagen. Wenn es genügend Themen gibt, die Zeit es zulässt, wird es wieder eine News geben. Deswegen schaut auf jeden Fall in meinen Discord vorbei, sendet Themen ein und bedenkt bitte, dass es manchmal etwas dauern kann. Aber wenn ihr Themen habt für eure Community, dann sagt es mir, schreibt es mir und gebt mir aber auch bitte direkt Material mit. Denn nur mit Material kann ich etwas anfangen. Und hier nochmal, Ladies and Gentlemen, ein großes Dankeschön an jeden einzelnen Zuschauer, an meine Patreons Unterstützer, die mir helfen, den Channel am Leben zu halten, auch finanziell. Aber ein großes Dankeschön auch an jeden, der kommentiert und meine Partner besonders, die mich in allen Aspekten immer wieder unterstützen. Und mit diesen Worten, Ladies and Gentlemen, sind wir am Ende dieser News angekommen. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute, denkt daran, ihr seid die Besten und vergesst die Videos in der Infobox nicht. Bis bald, euer Martin, ciao.